Na, mein Engelchen. Hallo. Hi. Hi, ihr Lieben. Waldin, wo sind wir hier? Irgendwo hier bei Sonnen TV. Nee, Sonnen... Sonnenklar TV bei der Verleihung der Goldenen Sonne. Da sind wir jetzt gerade und das ist grandios. Goldene Sonne, es ist ein tolles Event, muss ich auch sagen. Goldene Sonne, da stehen aber nicht immer alle auf der Goldenen Sonnenseite. Und jetzt habe ich gleich mal eine Frage an euch beiden. Was liegt euch am Herzen? Also, wie du schon gerade sagtest, die goldene Sonne hat nicht jeder. Und deswegen, gerade wir, weil wir auch in der Öffentlichkeit sind, haben wir eigentlich wirklich auch die Verpflichtung, weil viele einfach nicht irgendwie in die Pötte kommen. Und es geht einfach nur mit Prominenten leider, dass man so die normalos in Anführungsstriche, Entschuldigung, aber so ein bisschen animieren kann, dass man was tut, dass man anderen Leuten hilft. Und das tun wir und das tue ich unfassbar auch gerne. Waldi auch. Wenn ich Waldi anrufe, immer da und da ist irgendwie eine Veranstaltung, machen wir. Ja, der ist unfassbar, dass der Waldi auch immer sagt, ja, machen wir. Und deswegen, also wir sind auch Botschafter für Hilfe für verletzte Kinderseelen. Da geht es um traumatisierte Kinder, nicht nur Kinder, aber hauptsächlich Kinder, aber auch für ältere Leute und die irgendwie den Liebsten verloren haben oder so und die werden da unterstützt und das machen wir zum Beispiel. Super, Stichwort ältere Leute. Ich meine, für Kinder ist es wirklich einfach, was zu tun, weil für ältere Leute wird es dann immer ein bisschen schwieriger, ne? Ja, der Respekt vorm Alter ist in Deutschland verloren und ich sehe das immer bei mir im Laden. Da kommen halt so Busseweise, ich sage immer, Kaffeefahrten, wo du nichts kaufen musst. Wir machen dann immer, oder ich mache dann Kuschelfotos mit den alten Weibern. Hör mal, die haben so einen Spaß und ich habe auch so einen Spaß. Und wir müssen wieder den Respekt vorm Alter kriegen. Absolut. Dann ist den alten Weibern und auch deine Üms richtig geholfen. Ja, das ist so. Ich habe unfassbaren Respekt vor alten Menschen. Natürlich, wenn ich jetzt irgendwelche, das kennt jeder von euch da draußen, wenn man zickige alte Menschen oder frustrierte alte Menschen hat, die über alles meckern, das mag keiner, das ist ganz klar. Aber der Großteil der älteren Leute sind einfach nur süß, lebenswert und ich habe da einen mega Respekt vor. Und die haben es verdient, die haben so viel getan, auch wirtschaftlich. Ja, die haben unser Deutschland aufgebaut. Und das ist das Traurige. Die werden auch von der Politik vergessen, muss man ganz ehrlich sein. Und das finde ich traurig. Und bei mir im Laden ist so meine kleine heile Welt. Und meine Mädels, das können die bestätigen, die gehen immer, wenn du die trüben Augen glänzen siehst, dann weißt du, dass du alles richtig gemacht hast. Und so bin ich auch. Jawohl. Der Waldi ist immer, das ist unglaublich. Der Waldi kannte ich vorher, wir kennen uns jetzt über zwei Jahre. Wir sind wirklich unfassbar befreundet. Und der Waldi ist jemand, der sagt immer, komm mal her, Engelchen. Und ich habe das immer gemacht, bevor ich Waldi kannte, habe ich immer gesagt, komm mal her, Schätzelein. So, Herr Engelchen, ich Schätzelein. Schätzelein, weil ich weiß, dass das, wenn ich mit den Leuten Fotos mache oder so, dass das für die was ganz Besonderes ist. Und der Waldi tickt da genauso wie ich. Also, nicht umsonst fühle ich mich zwischen diesen tollen Jungs hier echt wohl. Also, du bist mir zwar ein bisschen jung, aber du bist trotzdem mein Engelchen. Mein Schätzelein. Also, danke, danke euch zwei. Bis zum nächsten Mal.